hallo ihr lieben ich freue mich dich zu sehen ich freue mich dass du da bist mein name ist kirja fandekamp ich bin coach für menschen die in die tiefe gehen wollen die unter die oberfläche schauen wollen und eine der heute sehr verbreitet krankheiten ist die gute alte vergleicheritis und ich möchte dich dazu aufrufen nochmal deine einzigartigkeit zu sehen lebe deine eigene heldenreise ist das motto dieses videos was meine ich damit ich stelle mir immer gerne selber fragen ich meine damit dass du auf diese welt gekommen bist ausgestattet mit allem was du brauchst um in deine volle schönheit und blüte dich zu entfalten und ein einzigartiger beitrag für diese welt zu sein niemand anders ist so genau wie du und was wir heutzutage sehr häufig tun gerade in diesen zeiten von social media wo du überall tolle leute siehst die ihre erfolge feiern und die 10.000 tipps geben die zehn besten tipps und dies und das zu erreichen aber was wir dann manchmal vergessen ist dass wir nicht alle gleich sind und dass wir nicht alle gleich ticken und du kannst den besten super coach finden da draußen der dir genau sagt wie du es machen musst aber es funktioniert bei dir vielleicht nicht weil du anders bist weil du einzigartig bist und deine eigene heldinnenreise leben musst und so lass dich gerne inspirieren von menschen da draußen aber denke nicht dass du es genauso machen müsstest wie du weil das kann sein dass jemand anders mit genau diesen tipps und tricks das erreicht was du da vielleicht siehst oder auch vielleicht dir vorgegaukelt wird das weiß man manchmal nicht so genau in den welten von social media aber auch wenn das für diese person genau funktioniert dann heißt es noch nicht dass es dir genauso geht weil es gibt leute und das habe ich auch viel gemacht die die tausende von euros und manchmal zehntausende von euros in ausbildungen stecken oder coachings bei leuten und sie versuchen das dann genau so zu machen wie die leute das tun und wundern sich dann wenn das nicht funktioniert mehr zum beispiel das wissen über astrologie und human design dafür noch mal auch sehr geholfen meine einzigartigkeit zu sehen zu sehen ich ticke nicht so wie alle anderen leute ich muss meinen eigenen weg finden und wenn ich noch so viel geld an einen coach bezahle es nützt mir nur wenn dieser coach mir hilft mehr ich selbst zu werden wenn dir mehr hilft das zu tun was er oder sie macht dann hilft mir das oftmals gar nicht ja weil ich merke das ist ja schön wenn das für dich funktioniert aber bei mir funktioniert das nicht ja und deswegen möchte ich dich nur inspirieren hör auf dich mit anderen zu vergleichen und genau so sein zu wollen genau diese selben ergebnisse haben zu wollen weil dein weg dahin ist vielleicht ein anderer sei das beruflich oder privat das ist ganz egal ja lass dich inspirieren such dir immer wieder aus deiner inneren stimme oder deiner bauchstimme oder deinem gefühl her die menschen die dich inspirieren an der stelle deines weges wo du jetzt gerade bist und vertrau darauf dass genau das richtige zu dir kommt und wenn das nicht mehr stimmt dann geh weiter dann lass dich von dem nächsten anziehen aber nicht als etwas was du von außen brauchst vertrau darauf dass alles in dir angelegt ist und du manchmal vielleicht so äußere impulse nutzen kannst um etwas in dir zu befeuern zu sparken ins ins leuchten zu bringen was eigentlich eh schon da ist es mehr wie so ein erinnern an das was in dir ist weil ich glaube ganz fest daran dass das alles in uns angelegt ist uns in unserer schönheit zu entfalten und manchmal kann es helfen durch jemanden von außen dich da hin zu bringen aber nimm dir auch zeit gerade jetzt auch in dieser in dieser tiefen winterzeit immer wieder zu dir zurück zu kommen zu spüren was ist meine wahrheit wer bin ich eigentlich was ist meine einzigartigkeit und hör auf dich mit anderen zu vergleichen zu denken du müsstest so sein wie die weil das wirst du niemals sein und vielleicht ist das was du bist noch viel schöner und ich meine ich im sinne von besser und uns vergleichen dass wir besser sind aber jeder ist wegen so ein einzigartiges puzzlestück und das braucht die welt die welt braucht genau das was und wer du bist und die braucht nicht irgendwie zwei drei vier fünf sechs kirias oder sonstige leute sondern dich dich mit deinen persönlichen gaben und finde heraus was deine eigene superpower ist stell dir vor du bist wie so ein wie so ein comic held oder sowas und du bist ausgestattet mit ein paar superpowers mit ein paar superkräften die ganz persönlich nur deine sind und du siehst die manchmal nicht weil du denkst das ist so selbstverständlich das doch klar das doch nicht schwer das ist doch einfach und da sind da liegen nämlich oft deine superkräfte versteckt weil das nämlich nicht für jeden so einfach und super ist ja so wie es mir vielleicht fällt hier ein video zu machen da haben mir schon viele gesagt es ist für mich so schwer so ein video zu machen und da schwitze ich blut und wasser und ich habe gemerkt ich kann das ganz gut mir fällt das immer leichter ja und das ist nur eine meiner superpowers finde deine superpower und bring sie in die welt trau dich dein leuchten zu zeigen und dich sichtbar auch zu machen damit dass du leuchtest wie so ein strahlender weihnachtsbaum ist jetzt kurz vor weihnachten und ja zeigt dein nicht zeigt dein leuchten deine unvergleichliche einzigartigkeit und vertraue darauf dass die welt genau das braucht die welt braucht dich mit deinem leuchten und ich wünsche dir alles liebe und freue mich wenn ich dich leuchten sehe dich die weltweiten weіти dich ab und dich zu machen dich dich